hallo ich habe heute ein kleines mini album für euch und zwar habe ich ja beim aufräumen noch das schöne papier gefunden und dachte mir ach da mache ich doch mal schnell ein mini draus vielleicht hat jeder eine oder andere lust auf einen kleinen schnellen workshop to go dann packe ich ein paar pakete die sachen habe ich da und zwar ich gehe einfach mal kurz mit euch durch dass ihr seht um was es geht also ist ein recht einfach gehaltenes mini ihr habt viele einsteckfächer ihr habt hier eine große klappe hier könnt ihr schön foto mit 10x10 drauf machen das gleiche auf der rückseite auch und dann haben wir ganz viele fächer ich habe extra nichts gestaltet weil ja viele gar nicht oft einmal die stempel haben die ich habe und so kann jeder machen wie ihr gerne möchte es sind auch hier einsteckfächer und zwar haben wir da drei stück von denen großen und auf der rückseite können wir auch noch mal einstecken genau das sind praktisch die tags und so ist es dann wieder geschlossen das ist mit buchbindeleinen und mit buchecken vorne und hinten das ganze kommt mit material mit anleitung ich mache euch eine video anleitung dazu mit versand innerhalb von deutschland komplett so wie es da ist für 14 euro 50 wer lust hat einfach kommentieren oder schreibt mich an ich danke euch tschüss